Jo, Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris, heute Prototype 2. Und wir machen jetzt mal hier ganz geschwind, gehen wir schon zur nächsten Mission. Schauen, was da auf uns erwartet. Ihr wisst ja, ich bin langsam wirklich der Super-Virus-Mutant geworden. Ob ich so kranke Fähigkeiten bin, so schnell mittlerweile, das ist echt hardcore. Auf Merceres Befehl hat Dr. Archer die Vorräte des Antivirus Twilight bei GenTech verunreinigt. So, rennen wir da mal ganz geschwind hin. Fuck you. So, da sind diese scheiß Drohnen da oben gewesen. Guck mal, die scheiß Dinger öffnen sich gar nicht mal für mich. Ich muss ja auffällig reinrennen, ne? Also, komisch, ey. Ah, ich muss hoch. So. Ich weiß nicht, man muss einen Weg reinfinden. Dabei sind wir hier eigentlich so mit die... Das ist ja hier der Oberkommandant schlechthin. So. So. Okay, den haben wir absorbiert. Easy going. Gehen dann da rein. Ja, mal schauen, was uns da drin erwartet. Ja, kleine Videosequenz. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist gut. Real gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Also, ihr recht. Bei uns gibt es 10.000 Punkte, mein Level aufstieg Ich werde jetzt hier alle langsam auslöschen, das ist meine Taktik Geht, Geht! Geht! Geht, Geht! Additional chemical breaches have occurred. Air contamination levels are hazardous. Rapidly approved. What the fuck, Alter? Ah, ich darf mich wahrscheinlich nicht transformieren. Bleiben Sie in einer Form mit Maske. Ah, okay, okay, okay. Scheiße, man. Hätten wir uns das Ganze jetzt auch eben sparen können, echt. Ich habe nicht richtig gelesen, sorry. Wir bringen jetzt hier nach und nach einfach jeden rum. So, da hinten der ist alleine, sehe ich doch sofort. Oh, die rennen mir hinterher, Alter. Okay, absorbiert jetzt. Security teams, this is Dr. Archer. James Heller is in the compound. So much for my cover. Sorry. So. 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 Ich sehe, die Schüsse tun mir auch nichts mehr, nichts mehr an. So. 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 Kaputt. Oh. Ohhhhhhh Die Frage ist, kann ich mich wieder verwandeln? Nein! Zu spät, meine Gute! Ich kann immer mehr von meinen Päten kreieren, wenn ich muss! Ich kann immer mehr von meinen Päten kreieren, wenn ich muss! So Ich bin leicht konzentriert Ich weiß nicht mehr, wo das kam So So, jetzt ruft sie wahrscheinlich wieder jemanden, weil sie die Eier dazu hat Ohhhhh Surprise, you son of a bitch! Pathetic! Hahaha! You're like a chew toy to them! Verwandt? Ohhhhh, mach halt ein Devastator, man! That's right, my puppies! Kill him! Kill him and eat him! Hahaha! Okay, 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 okay Okay Jetzt, jetzt hab ich euch! Jetzt! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Ja, saug dich auf, Mann, Alter! Geil, Mann! Energie! Ohhhhhhh! So Und ich sauge mir auch noch einen, ne? Easy going, easy going, einfach keinen Stress machen Blöde Notella Bombe So, dann sauge ich dich mal auf, du kleine Pusse So, dann sauge ich dich mal auf, du kleine Pusse Handle das Samplein mit dir, Jenkins Es ist mehr wert, als du bist Dr. Archer, ist es wahr? Für die Kultur, die du in die Blüte bist? Es wurde von Alex Mercer selbst Und deswegen werden Sie ihn mit reverend Oder die consequenten Ja Hm Rudelführer erlangt, was ist denn das, ey? Rufen Sie die Brawler Rudel, alter, das ist ja mal geil Ah, das ist ja geil Das ist ja mal geil Eine richtig geile Attacke So Dann greif dir jetzt mal den an Bam, Alter Ja, wuhuhuhuhuhu He, I wanted to fetch my slippers So Wir sind auch noch ein Level aufgestiegen Fresh So Regeneration Machen wir das, oder? Machen wir das, genau Machen wir das, genau Ja, wenn's euch gefallen hat, bewerten nicht vergessen Ich bin raus Servus Leute, euer Chris